Der Dragan-Effekt. Vielleicht hast du davon schon mal gehört, das ist ein sehr grafischer Effekt, der besonders gut bei männlichen Models funktioniert, also bei männlichen Personen, die du fotografiert hast, die vielleicht so ein bisschen mehr Richtung Charakterportrait gehen wollen. Also dieser Effekt überzeichnet sehr, sehr stark, der betont sehr stark jede einzelne Hautpore. Liegt auf jeden Fall in der Natur der Sache, dass man es eher nicht bei Frauen anwendet, sondern eher bei Männern und ich möchte dir heute mal zeigen, wie man den halt nicht nur in Photoshop erstellen kann, sondern auch in Lightroom. Dieser Effekt, der ist auch tatsächlich in der Portrait Toolbox hier drin und zwar, wenn wir hier mal unten gucken unter Look, dort gibt es auch den Dragan-Effekt. Ich möchte dir natürlich heute so ein bisschen zeigen, wie man den selber erstellen kann, aber trotzdem, falls du die Portrait Toolbox noch nicht hast, dann kannst du dir die auf jeden Fall mal anschauen auf www.lightroom-system.de, denn da gibt es über 100 Mini-Presets, die du miteinander alle kombinieren kannst. Die funktionieren also nicht wie normale Presets, sondern sind alle miteinander kombinierbar und damit hast du Millionen Möglichkeiten, wie du deine Bilder bearbeiten kannst. Einfach mal auschecken, ansonsten schauen wir uns jetzt den Dragan-Effekt hier in Lightroom an. Ich fange einfach mal an hier und werde mal die Tiefen etwas auffällen, die Lichter relativ stark abdunkeln. Ich glaube insgesamt können wir hier auch noch mit gerückter Alt-Taste mal die Weiß-Werte noch so ein bisschen einstellen. Hier unten kommt schon so ein bisschen was durch und auch die Schwarz-Werte, bis man hier so ein bisschen was sieht. Das sieht schon ganz gut aus soweit. Und wir können insgesamt noch ein bisschen mehr Kontrast in das Bild reingeben, damit wir hier diesen Effekt auch sehr stark hinbekommen. Also vielleicht werde ich jetzt diesen Effekt auch so ein kleines bisschen übertreiben, um ihn im Video noch ein bisschen besser darstellen zu können, aber das ist jetzt erstmal hier so der Weg, den ich gehen möchte. Und ich zoome jetzt hier auch mal ein bisschen näher ran, damit man das vielleicht auf der Haut auch noch ein bisschen besser erkennen kann. Denn was jetzt als nächstes kommt, ist einmal hier Klarheit und Struktur. Mit Klarheit, da können wir so ein bisschen diese Makro-Kontraste bearbeiten. Die setze ich mal so auf 30 bis 35 ungefähr. Und jetzt können wir mit der Struktur, das sind die Mikro-Kontraste, und hier siehst du jetzt was passiert. Hier können wir sehr viel rausholen. Ich würde es halt wie gesagt nicht übertreiben. Man kann es hier sehr stark machen, aber irgendwo soll es ja auch ein bisschen realistisch bleiben. Ich würde die Mikro-Kontraste, also Struktur, hier mal so auf 20 ungefähr setzen. Klarheit auf 35. Und jetzt können wir schon mal gucken, vorher, nachher, wie viel mehr Details hier in dieser Haut vorhanden sind. Natürlich auch auf der Kleidung. Kleiner Tipp, man kann das Ganze natürlich auch einfach als Maske machen. Also alles, was wir bisher hier gemacht haben, finden wir natürlich auch von den Reglern her im Maskenmenü. Wenn du das nur auf die Person zum Beispiel anlegen möchtest, dann geht das natürlich auch. Ansonsten sieht das Ganze hier von dem Effekt schon mal sehr gut aus. Jetzt würde ich noch reingehen in die Portrait Toolbox und das Ganze noch so ein bisschen verfeinern. Was wir auf jeden Fall mal hier noch machen können, unter Farben könnten wir zum Beispiel mal den Hintergrund noch ein bisschen kühler machen. Stelle ich mal nicht ganz so doll ein. So vielleicht auf 60 ungefähr. Wir könnten die Haut auch noch ein kleines bisschen wärmer gestalten. Dadurch kriegen wir so ein bisschen mehr diesen orangenen und blauen Kontrast in das Bild. Aber auch hier werde ich jetzt die Stärke wieder so ein kleines bisschen zurücksetzen noch. Natürlich das Bild auch noch ein kleines bisschen beschneiden. Oben sieht man so ein bisschen noch den Rest von der Hintergrundrolle. Will ich natürlich auch nicht. Aber so finde ich, sieht das Ganze schon ganz gut aus. Jetzt können wir mal noch so ein bisschen in das Dodge & Burn, den Dodge & Burn Schritt hier reingehen. Die Augen könnten wir noch ein bisschen betonen. Vielleicht sogar noch ein kleines bisschen aufhellen. Perfekt. Die Augenbrauen können wir noch abdunkeln. Und ansonsten sieht das Ganze für mich schon sehr sehr gut aus. Jetzt schauen wir noch mal, wo wir hergekommen sind. So sah das Bild roh aus. Und jetzt haben wir den Dragan-Effekt draufgelegt. Ist wie gesagt nicht jedermanns Sache. Aber manchmal passt das ganz gut. Und hier in dem Fall zum Beispiel, finde ich, ist das gar nicht mal so schlecht. Sieht irgendwie ganz cool aus. Macht ihn auf jeden Fall mal gut und gerne 10 bis 15 Jahre älter. Aber vielleicht will man so ein Charakterporträt ja auch mal von sich oder seinen Freunden machen. Und dann passt dieser Dragan-Effekt vielleicht ganz gut. Vielleicht auch nicht in der Stärke. Vielleicht müssen wir ihn auch einfach wesentlich weniger doll anwenden. Aber jetzt hier für das Video, damit man es ein bisschen besser sieht, jetzt an dieser Stelle hier auch mit drin. Wie gesagt, du kannst dir die Portrait Toolbox auch mit herunterladen. www.lightroom-system.de Dort gibt es, wie gesagt, auch den Dragan-Effekt schon als fertiges Preset. Kannst du dann mit einem Klick einfach anwenden und vielleicht hier oben in dem Stärkeregler dann noch ein bisschen einstellen. Aber all das funktioniert, wie gesagt, auch in der Portrait Toolbox. Du kennst jetzt den Effekt. Du weißt, wie man ihn auch selber erstellt. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, gerne einen Daumen nach oben. Und ansonsten, wenn du weitere Fragen hast, einfach unten in die Kommentare, damit ich freue mich über jeden einzelnen Kommentar, den ihr schreibt. Und wenn du keine weiteren Lightroom-Videos verpassen willst, dann auf jeden Fall den Kanal abonnieren. Und check www.lightroom-system.de aus. Dort gibt es nämlich auch die kostenlose Lightroom-Formel, 80 Seiten PDF, in sechs Schritten, wie man zum perfekten Ergebnis kommt. Und wenn du dir die Portrait Toolbox hier anschaust, dann siehst du diese sechs Schritte genau hier auch abgebildet. Also es baut alles aufeinander auf. Deswegen heißt es auch Lightroom-System. Schritt 1 Belichtung, Schritt 2 Farben, Schritt 3 Dodge & Burn, Schritt 4 Details, Schritt 5 Look und Schritt 6 dann der Final Touch. Aber wie gesagt, kannst du dir alles kostenlos herunterladen. Einfach mal die Webseite abchecken. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bild bearbeiten. Ich werde jetzt das noch ein Video wieder aufkommen. Und da kann das ein Videoærhofer, gut diese� novo Makrage ... Und da muss die Geschichte schon mal sagen.